Wie süß, du machst dir ja richtig Sorgen um mich. Na klar, ich will doch, dass du glücklich bist. Und warum soll nicht wenigstens einer von uns beiden glückende Liebe haben? Ja, für Liebe ist es vielleicht ein bisschen früh, aber... Er ist nicht der Richtige. Okay, du findest also, dass er ein oberflächlicher Angeber ist? Der womöglich nicht ganz ehrlich zu dir ist, ja. Ja, aber das ist er nicht. Okay, er hat vielleicht diese Sunnyboy-Fassade, aber... darunter ist ein ganz anderer. Erstaunlich tiefgründig.